Was ich dir als Selbstbewusstseins-Trainer mit über 27-jähriger Erfahrung in der persönlichen Vorartarbeit mit tausenden von Menschen in Kleingruppen-Intensiv-Workshops sagen möchte, du kennst nun die Antworten einer der größten derzeit anzapfbaren künstlichen Intelligenzen unserer derzeitigen Welt auf die Frage, wie wird man mit Sicherheit selbstbewusst. Wenn du den Eindruck hast, damit nun arbeiten zu können, also mit dem, was dir Chad GPT gesagt hat, damit verlässlich Selbstbewusstler zu werden, dann tu es. Denn es gibt keinen sinnvollen Grund auf die volle Kraft, auf die volle Macht, auf die volle lebensdurchdringende Klarheit des eigenen Selbstbewusstseins, ja, deines eigenen Selbstbewusstseins zu verzichten. Als Selbstbewusstseins-Trainer kann ich dir sagen, Chad GPT hat all das wiedergegeben und zwar sehr klar auf den Punkt, was du dir auch aus den gängigen anderen Büchern herausziehen könntest.